Hallo Leute und herzlich willkommen zum neunten Lauf der GSL German Spirit League. Heute sind wir in Belgien, Spar-Franco-Champ. So, ich glaube 13 Fahrer oder 11 Fahrer sind es auf jeden Fall. 11 Fahrer müssen es sein. Wird auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr spannendes Rennen. Spar gibt da, denke ich mal, sehr viel Zweikämpfe zu bieten. Bin mal gespannt, wie ich diesmal abschneiden werde. Mein Teamkollege ist ja leider nicht dabei. Sid fährt für Reisdorf Rennsport ersatzweise. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Das war's. 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 Das war's.